Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Random. Heute mal Blurr, wie ihr seht. Ja, ich werde mal ein paar Power-Up-Rennen fahren. Mal ein bisschen was machen. Braucht man nicht, wir spielen ja nicht online. Ja, so. Einzelspieler. Och Gott, was machen wir denn? Wir machen... Nein, wir müssen ja fast Karriere machen. Er hat schon ein bisschen was gespielt, wie man sieht, aber noch nicht allzu... allzu vielen. Publikums Liebling. Gott, was mache ich denn? Kann man erstmal ein altes Rennen, um wieder reinzukommen, wenn ich schon lange kein Spiel? Äh, joa. Was machen wir denn? Ein normales Rennen, würde ich sagen. Äh, L.A. River. Boah. Welchen unserer schönen Autos hören wir das an. Ich habe auch noch nicht allzu viel freigestellt. Wie man ja wahrscheinlich hier sieht. Oh Gott, was nehmen wir denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich spiele mal ganz gern den hier, aber der ist irgendwie vom Handling nicht so der Hit. Ja, den muss ich ja gar nicht mehr. Ähm, ja komm, dann spielen wir den Dodge Challenger SRT. Würde ich mal sagen. Machen wir mal ein kleines, normales Power-Up-Rennen. Dann gucken wir mal, wie ich mich anstelle. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu blöd an. Ja, blöd. Power-Up-Rennen, like Super Mario, äh, Mario Kart. So ähnlich. Würde ich es jetzt mal beschreiben. Also ich finde, dass es viel davon hat. Diesen Power-Up. Oh Gott, das ist die Strecke, die habe ich damals noch abgelöst. Oh Gott, das ist die Strecke, die habe ich damals noch abgelöst. So, jetzt geht es aber, jetzt geht es aber los hier. Boah, du kleiner mieser Penner, ich wollte mir ein Schild holen. So, dann gehen wir mal so noch. Ah, sehr schön. Macht einen Abgang. Macht einen Abgang, ihr kleinen Penner. Scheiße. Ja, sicher. Soll ich mir mal gar nicht kommen sehen. So. Jetzt aber hier. Ich bin erstmal mit dem EMP. Ja, meine süßen. Macht euch mal mit meinem EMP. Vertraut. Oh Gott. Soll ich mir mal so was ist, dass das klingt, die Leute. Bam. Und tschüss. Fünfter. Das haben wir uns doch gut vorgearbeitet, würde ich mal sagen. So. Liegt jetzt einer von den Spacken noch dieses Teil hier in die Fresse. Aber das Schild haben wir immerhin. So. Jetzt weiter. Ich hab mal ne Reparatur geholt hier. Ach, fuck, das war ja der Scheiß. Ach Gott, das wird mich ja ganz verpeilt jetzt gerade. So, jetzt aber. Jetzt bieten wir mal ein EMP hinterher. Da kriegen wir ihn sicher. Ja, und ich fahr in mein eigenes EMP rein. Ich bin auch der Ober, der Oberpro vor dem Herrn. So. Zack. Komm jetzt. Junge. Musst dich erwischen. Ich hab hier Zuschauer. Los. Weg mit dir. Ja. Ja, das hab ich gemeint mit dem Grip. Der ist halt nicht. Bin erwischt? Ne. Immerhin hab ich noch eine Runde Zeit. Boah, der hat gerade noch hinten geschossen mit kleiner Wichser. Bam. So, jetzt aber. Jetzt komm. Stirb, Junge. Stirb. Bin ich mit dem Drossen? Jawohl. Ne, hab's nicht. Scheiße. Komm, Junge. Du läufst mir so fest, muss sofort die Flinte. Komm schon. Na, mein Süßer. Wie sieht's aus. Willst du nicht mal hier... Willst du nicht mal ein bisschen näher kommen? Ja, sicher. Ja. Ja, sicher. Ja. Ja, sicher. Ach, ich hab' nicht erwischt. Das ist nicht gut. Aber das werden wir trotzdem schaffen. Wir sind erst da. Jawohl. Ein Traum. Wir haben's geschafft. Ich stelle mich ja gar nicht so schlechter, wie ich dachte. Naja. Wahrscheinlich gibt's deutlich bessere Spieler als mich. Aber... Ja. Immerhin. Ach, so. Dann würde ich mal sagen... Werden wir mal ein neues Ding angehen. Zerstörung. Was war nochmal Zerstörung? Hm. Den nehme ich lieber nicht. Mein Dodge ist halt ausgeglichen. Ich weiß es nicht. Soll ich den nehmen? Ach, komm, ich nehme mal meinen alten. Ich nehme meinen alten. Na, gucken wir mal. Was war denn eine Zerstörung? Ich weiß, es kann nicht mehr andere Leute zerstören. So gut wie möglich in denen du merkst. Na, na ja. Mega. Dox ist auf jeden Fall ne... Naja. Das ist nicht meine Map, aber es ist immerhin. Das ist nicht so tragisch. Ach, guck an. Ah, ich verstehe. Das muss ich bei Zerstörung machen. Das ist natürlich was, was ich kann. Also... Zerstörung. Ein Gamepad lässt sich einigermaßen ertragen. Oh, was ist das geschafft oder was? Was ist das geschafft oder was? Was ist das? Fack, jetzt hab ich den Kuss gegriffen. Oh, was ist das? Mit meinem Freund. Feierabend Was kriegen wir denn? So, da sind noch zwei Die sind vollgeladen mit Munition Ich mag jetzt zwei erwischt, glaub ich Das ist gut Das ist nicht schlecht Nein, ich glaub, ich hab's nicht erwischt Ich glaub, das wird auch in der Zeit jetzt Oh, komm schon Ah, ja immerhin 77 Punkte verdient Lässt sich mit leben Würde ich mal sagen Wie viele Fanpunkte? 840 Fans gewonnen Fortfahren Gewonnene Fans, 840 Ich würd sagen, das Fanstatus 8 machen wir auf jeden Fall noch weiter Oh, da hab ich einen mehr Da hab ich noch meine Ratte, meine F100-Ratte Stark driftend Sehr kontrolliert Offroad Stark driftend Hier hört man sagen, wir nehmen den Den Audi Den TTS-Copie Puh, hoffen wir mal, dass wir dieses Rennen bestehen Ist das ein Power-Up-Rennen oder ein normales Rennen Ich weiß es gar nicht Ich hoffe doch, es ist ein Power-Up-Rennen Da hab ich wenigstens noch einen geringen Vorteil, den ich nutzen kann mit meinen Power-Ups Dann gucken wir doch mal Dann gucken wir doch mal Und der ist dafür nicht wirklich geeignet Und der ist dafür nicht wirklich geeignet Wow, ich wollte einfach Reparatur bekommen Ah, hat sich gedreht Ich bin trotzdem vorletzter, das ist nicht gut Tschüss So Den nehmen wir auch noch mit Bumm Das war nicht nett Da müssen wir uns nachher nochmal zu sehen Das war nicht von Vorteil Das war nicht von Vorteil Ich glaub ich hab wenigstens irgendetwas getroffen davon So, da ist noch ein Audi Und Und Pau Und Kurve Baraka So Tschüss Ich hab dich tatsächlich getroffen Au Das war nicht nett Da müssen wir uns nachher nochmal drüber unterhalten Das fand ich jetzt nicht nett Aber dafür legt jemand eine Mine Oh Bist du in eine Mine gefahren sagst du? Das ist natürlich ungünstig Aber wir brauchen jetzt mal diesen nur Und dann Tschüss Audi Achso Nein Warte gerade Tschüss Audi So muss das sein Genau so muss das sein Schönen Abräumern gemacht Warte Hat der nicht getroffen Na hinten der Junge Na Wenn wir hier nochmal Eine Überraschung nach hinten legen Na den haben wir ja gerade noch Abgeleert sag ich mal Aber was hast du denn da? BMW in Sachse? Das ist natürlich ungünstig, wenn der kaputt geht. Ich weiß vielleicht nicht, was das ist mit dem Fan da gerade, aber ich glaube, ich habe irgendeine Fan-Quest nicht verstanden. Das war natürlich jetzt ungünstig. Voll. Ja, klar. Riff nicht nur. Ja, das kannst du aber schön knicken, mein Junge. Ja, klar. Der eine toll stand und der andere zieht vorbei. Dafür kriegst du eine. Hier, da, kriegst du ein Geschenk. Du willst mir also meinen Platz streitig machen, sagst du? Okay. So, dann legen wir nochmal was nach hinten, damit da hinten Party ist. So, dann haben wir uns hier schön den siebten erkämpft in der... ...den sechsten. Na komm schon, das wird noch was. ... ... ... ... ... ... ... Super, guck an. Kann ich gewisse so viele Autos, das hier gibt. Das weiß natürlich, ja, wenigstens. Ja, oder auch nicht. Sag mal, geht's euch zu gut, ja? Ich würde mal sagen, dieses Rennen werden wir nicht bestreiten. Das zieht irgendwie sehr nach. Ja, genau. Schieß in die Wand. Komm, hau ab mit deinem hässlichen... Ah, Nissan, ey, mit deiner Reisschleuder. So, willst du eine Mine, hast du gesagt? Gerne, kein Problem. So. Oh Gott, zippt er, das geht gar nicht. So, hier noch eine Mine hinterlegen. Boah, der war... Der war sehr mies gelegt. Gescheitert, immer. Finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Uff, 1109 Fans. Immerhin. Damit könnten wir Fans Status 8 erreichen. Okay, jawohl. Neu Inhalte freigeschaltet. Das finde ich natürlich immer nett. Ach, da haben wir doch den Sopra gekriegt. Und ein Hummer hat zwei Ratte. Eine Ratte, eine Hummer-Ratte. Gut, dann gucken wir doch mal, ob der Sopra was drauf hat. Sopra ruhig, ausgewogen. Nehmig. Das ist genau mein Ding. Mach mal die Rennen... Das Rennen... Die... Mach mal die Rennen nochmal. Nein, mach mal das Rennen nochmal. Und dann gucken wir mal... Ob wir hier irgendwas reißen jetzt mit dem neuen Auto. Ich hoffe es. Schön, der ist auf jeden Fall. Wenn ich noch siegreich aus diesem Rennen hervorgehen würde. Gucken wir mal, ob der Toyota was unter der Auge hat. Ich weiß, die Dinger sind ziemlich heftig. Die gehen gut ab. Ausgewogen ist natürlich eine sehr gute... Äh... Wie soll ich sagen? Eine sehr gute Eigenschaft. Eins wagen. Oh, der ist aber echt. Der ist aber echt gut. Bei der Sache, der Junge. Der lässt sich recht gut fahren, muss ich sagen. Recht ruhig und recht angenehm eigentlich. So, dann müssen wir jetzt mal abholen. Dann muss ich wieder reparieren. Was gedacht, ja. Bye, bye. So. Entschuldigung, dass ich gerade etwas ruhig war. Ich hab gerade... Ich sag mal so, wenn ich etwas konzentriert bin, bin ich immer ruhig. So, bye, bye. Ich hoffe, die hat etwas getroffen. Ich hab's nicht gesehen. Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, hab ich jetzt getroffen? Hoffentlich. So, Karre wieder heilen. Jetzt erstmal hier vorrücken. Oder auch nicht. Ja, gut, einen Platz zumindest. Na ja, drei Plätze. Vier Plätze. Hau ab. Warte, was du willst. Weil ich mal einen guten Platz hab, da wär's gleich mehr abgefuckt hier. Ja, sicher? Hast du gut vorbeigeschossen, Jungs? Ja, du nicht. Ja, gut, dass der so ausgewogen fährt, sag ich mal. So, das ist das Nitro mal hier. Schließen wir wieder ein bisschen auf hier, an die Gruppe. Ah, Abgang hier, komm. Feierabend. So. Tschüss. Was auch immer da hinten jetzt reinfährt. Ich hoffe... Oh, Minentreffer. Sehr schön. Hat also doch was gebracht. Probieren wir gleich nochmal. Hallo, Jungs. Na? Ja, sicher, dräng mich rein, du Sackgesicht, du Essliges, du Mistiges, du Verpustes. So, jetzt aber was. Hallo. Oh Gott, ja, Leute. Ich mach ja grad einen totalen Mist. Wie, nicht erfüllt? Hab ich mich getroffen, oder was? Geht ja mal gar nicht. Was ist denn mit dir los? Kaputt, oder was? Ja, cool. Das ist gut, halt. Das ist ja keine Chance. Ich hab' gesagt, lass' gut sein. So, Feierabend. So, der nächste. Ich natürlich auch gleich wieder, war ja klar. Wär ja auch zu schön gewesen. Wenn ich mal ohne... Das kannst du knicken, ja. Jeden Platz behalte ich jetzt auch gerade mal. Das ist ein wichtiges Arsch. Das ist ein wichtiges Arsch. Boah, der Mulier. Geht gar nicht. Das geht nicht. Das könnt ihr mir nicht antun. Oh my God. Ich hatte so einen guten Stand. Hau ab. Komm, mach einen Abgang. Ach, verdammt. Aber der Wagen ist schon mal besser. Der gefällt mir wesentlich besser. Und wieder verloren. Verdammt. Ah, Leute. Es tut mir leid, aber diese Rennen sind einfach ein bisschen... Irgendwie reiß ich heute nix. Ach ja, ich bleib bei dem. Na komm schon. Einmal geht noch. Einmal geht noch, hab ich gehört. Ein Rennen geht noch. Boom, bim, boom, boom. Boom, bim, boom, boom. Jetzt reißen wir es raus mit der Karre. Jetzt reißen wir es raus, hab ich gehört. Dass der am Anfang so weit hinten hängt, die Karre. So, einmal. So, jetzt getroffen. Das ist natürlich bitter. Da kommen die Family Christmache. Ah, was ist das? Ah, komm schon. Was soll denn der Scheiß? Du weißt, die Family Christ genau vor mir, oder? Ja, da seh ich richtig. Krieg ich nämlich Nitro. Nitro nehm ich natürlich gern. Ich weiß nicht. Es sieht zwischenzeitlich immer wieder ziemlich gut aus. Und dann kommt wieder einmal zu einem scheiß BMW hier angeschissen. Und so einer wie der und schnappt mir hier meine Dinger weg. Guck mal, Abgang hier. Ich kann hier gar nichts von euch hören jetzt. Was haben wir denn hier? Boah, du Mistkröte, ey. Hat der mir meinen Abräumer weggeschnappt? So, aber jetzt. Jetzt kommt. Fünf da. Das ist, das schaut gut aus. Also schießt mir jetzt wieder irgendeinen Spacken ab. Ich hoffe nicht. Komm schon. Es muss sein. Ich brauch die Fan-Punkte. Ich hab meine Karre zum Arsch. Scheiße. Bitte trefft mich nicht. Bitte trefft mich nicht. Fuck. Scheiße. Ach, Mano. Ich komm nochmal Nitro holen. Oder ist die Fan-Request schon weg? Fuck, die ist weg. Ich dachte, ich kann mir hier jetzt nochmal einen schönen Vorteil verschaffen. Ich bin wieder so weit hinten. Verdammt nochmal. Ah, komm, ich schnappe mir jetzt vielleicht zweitmal einen, oder? Da hat sie später abgebremst. Den hebe ich mir diesmal auf. Ähm, Schüpp. Komm, jetzt muss ich noch was reißen. Das ist, das ist eine gute Kombination. Komm mal, Abgang. Kann ich nicht hier brauchen. Machst du auch einen Abgang? Ach, fuck, der hat den Schild. Das hab ich gar nicht gesehen. Oh, mein süßer. Mein süßer Nissen. Bam. So muss das. So und nicht anders, meine Lieben. So und nicht anders. Gott sei Dank. Bonuslichter haben wir, glaube ich, keine gekriegt, oder? Ne, okay. Ja, immerhin haben wir es diesmal geschafft. Und wir haben über 1000 Fans gewonnen. Das ist ja schon mal etwas. So, fortfahren. Ja, komm, ein Rennen geht noch, hab ich gehört. Ähm, bitte, 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 bitte. Wir nehmen natürlich wieder den Supra. Ich werde natürlich auch mal andere Autos testen. Sollte ich dieses Spiel nochmal irgendwann spielen? Ihr könnt ja mal sagen, ich hab mir überlegt vielleicht, aber ich glaub nicht wirklich, dass es sich als Let's Play wirklich ereignet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr es wollt, wenn es euch interessiert, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, haaah, werde ich es nicht machen. Werde ich es ab und zu meinem Let's Random zocken und ansonsten werde ich es einfach lassen. Das sieht ja irgendwie sehr nach, sehr nach Zuschauern aus. So. Wenn ich gegen so ein V8-Motor hast, natürlich kein Anstinken mit so einem... mit so einem schweren Japsen. Ist da natürlich keine Anstinken. Na, wir haben ein bisschen was gebrochen hier. Ganz sicher. Ganz sicher. Wir kämpfen uns im Feld nach vorne. Halt, ich fand ja alle mit Offroad-Carn. Ich hab vielleicht auch mal eine Offroad-Kiste holen sollen. Ja, hätte ich auch machen sollen. Ah. So muss das. Die zwei schnapp ich mir da. Die zwei rechts schnapp ich mir jetzt. Die hier. Zack. Ja, was haben wir hier? Ja, dann kannst du toll. Oh. Ja, komm, machen Abgang. Super, das ist meine Karre. Machen Abgang. Los. Mach dich dünne... Au. Ich hab nicht mal auf dich geschossen. Warum schießt du auf mich, du Spacke? Machen Abgang. So. Komm schon, ich brauche jetzt ein gutes Power ab. Ich brauche jetzt ein gutes Power ab. Richtig gut. Das zündet jetzt gleich sein IMP. Ich hab's gemusst. Ich fahr wieder voll rein. Ich bin der OBI-MP-Profi. Boah, komm schon. Das wird was heute. Das wird was. Das wird was. Ja, komm, du triffst mich nicht. Du triffst mich jetzt nicht. Lass dich jetzt einfach nicht treffen. was auch immer ich gerade gemacht habe so war das jetzt eigentlich nicht geplant aber das sage ich natürlich auch nicht nein das ist natürlich nicht gut nur drei Lichter würden mir jetzt überhaupt nicht gefallen nicht ganz ehrlich sagen ich fahre natürlich mit meiner normalen Karre hier unten durchs Wasser das ist natürlich extrem vorteilhaft den dritten halte ich jetzt kostet es was ich wolle aber den dritten halte ich jetzt das ist das ist du bist du auch du bist du auch ich hab mich so ich habe es auch dass ich gewinne Ja. Na, Karate... Nein. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gut. So, jetzt aber hier. Der kommt mir gelegen. Der Schild kommt mir gelegen. Na, komm schon. Oh, nä. Jetzt kommt der mir hier wieder mit EMP angeschissen. Da vorne ist das Ziel, da vorne ist das Ziel. Nein. Du fährst nicht mehr an mir vorbei. Du nicht mehr. Du schaffst es nicht. Oh, ja. Ja, dann haben wir doch eine erfolgreiche Runde heute hingelegt, würde ich sagen. Ah, ja. 1480 Fans gewonnen. Und kein Bonuslicht. Ja, das ist... Da hätte ich den Fansprint machen müssen. Das Fansziel wären auch 1600 Fans gewesen. Ja, mein Gott. Man kann ja nicht alles haben. Soll ich noch... Das ist flammendes Chaos. Und hier gibt Drake den Ton an. Er geht hart ran. Also sei bloß nicht zimperlich. Kämpf hart und sei besser immer auf der Hut. Das ich hier so angeschrien werde, wusste ich auch noch nicht. Aber okay. Ja. Ähm. Crash and Burn. Was haben wir denn? Haben wir da irgendwas? Oh, eine Corvette. Eine Corvette-Ratte. Und ein Bowler-Nemesis. Und einen... Oh, ein Chiroko. Chiroko ist natürlich auch interessant. Die hat sehr wenig Griff. Ich glaube, das wird nicht unbedingt mein Favorit. Ähm. Ja, keine Ahnung. Sollen wir noch ein Rennen machen? Ich weiß nicht. Machen wir noch eins, oder? Eins geht noch. Kontrollpunkt... Oh Gott. Also, ich sag's mal so. Das letzte Kontrollpunkt-Rennen, das ich gemacht habe, war sehr... Schlecht. Bowler-Nemesis. Ja, komm damit ihr auch mal ein Jeep gesehen habt. Dann fahren wir halt noch ein Rennen mit dem Bowler-Nemesis. Außerdem will ich die Fans noch vollkriegen. Die neuen Autos freischalten und so. Dann gucken wir doch mal. Ich hoffe, es wird was. Kontrollpunkt ist nämlich gar nicht meins. 20 Sekunden, 5 Lichter. Ja, komm. Das ist aber schon eine Offroad-Kiste, hoffen wir. Sieht zumindest schwer danach aus, der Kamerad. So. Was können wir denn hier? Stopp-Uhren. Und Nitro. Genau. Ja, ich weiß, ich hab gesagt, diese Kontrollpunkt-Rennen... ganz sinnlich, ich mein, sie werde da wollen und sehen, warum. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn dann nur, weil das eine ziemlich geile Strecke ist, wie ich hier so sehen mag. Gefällt mir eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Da kommt eine Köhre. Da ist eine Stoppuhr. Da ist noch eine Stoppuhr. Und da ist Nitro. Was wir natürlich auch gleich mal benutzen wollen. Ja. Ja, so ist fein. Oh Gott, das auch noch. Oh Gott. Ich bin getroffen. Scheiß drauf. Ah, Kontrollpunkt. Stoppuhr. Hättest, glaub ich, das gut, muss ich sagen. Ich lief da zwar nicht so gut. Jetzt muss, glaub ich, drei oder vier Versuche gebraucht, für so einen Scheiß von Goldkünferen. Da muss ich aber auch sagen, bin ich mit meinem F100, mit meiner Ratte gefahren. Mit meinem alten Ford. Der hier ist relativ, relativ besser. Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's, glaub ich, knapp. Okay, nur noch gelber. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ja, komm, wir schaffen, oder? Das schaffen wir doch. Nein, das schaffen wir nicht. Oh mein Gott. Ups, da war ja eine Mauer. Ha! Habe ich gar nicht gesehen. Guckt euch sowas an. Böse Mauer. Jetzt kann ich da ein bisschen Zeit verschaffen. Ein bisschen Nitro verschaffen, ein bisschen Zeit verschaffen, und ab geht die Post. Da kommt schon ein bisschen Zeit noch. Boah, nee, ich bin jetzt nicht ernst, ob ich da an der Stoppuhr vorbeigefahren. Das kann doch nicht wahr sein. Und an dem Nitro auch noch. Ja, komm. Das muss was werden. Ich will das schaffen, ich will das schaffen. Ich hätte ein paar erfolgreiche Rennen gefahren, da bin ich auch schon wieder sehr zufrieden. Und mit mir selber. Sobald der mich aber auch noch mit diesem Zeit ist. Ja, ja, ja. Die Zeit wird auch knapp. Noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit. Komm, komm, komm. Und noch ein bisschen Zeit. Und noch ein bisschen Zeit. Jawohl. So muss das. Mit Nitro, Nitro. Und au. Und gib ihm. Oh, da war eine Kisten. Guck dir das an. Ziel. Bestanden. Mit vier Lichtern. Naja. Immerhin. Besser als nichts, war. 1.400 Fans von 1.900 passierte Tore. 0 für 12. Wie immer halt. Und ich glaube, wir haben sogar noch einen Fanrang geschafft. Geil. Fan-Status 9. Da haben wir heute ja ganz schön was geschafft. Dodge Challenger SRT Tuner. SRT Rennen Version. Da bin ich zufrieden mit. Tja. Dann würde ich sagen, war es das für diese heutige Folge Let's Random mit Blur. Einem, wie ich sagen muss, sehr geilen Rennspiel. Macht echt Spaß. Ja, weil es halt diesen Mario Kart Style hat. Also ich finde es echt lustig. Ja, wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, ist es glaube ich auch nicht mehr allzu teuer. Es ist auch schon etwas älter. Ich habe es noch aus Steam, aber ich glaube es gibt es nicht mehr in Steam. Wenn ich gestern nicht richtig geguckt habe. Jo, gut Leute. Ich werde euch natürlich die Internetseite von Blur auf die... Damit wir hier nicht wieder... ...wieder eine Beschwerde kriegen. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche mit Let's Random und bis morgen mit der neuen Folge... Keine Ahnung, einmal live Dead Space. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Gut, Leute. Macht's gut. Viel Spaß mit dem Video und danke fürs Zuschauen. Ciao.